Was ist denn hier heute los, meine Güte. Aber ich wollte es doch eigentlich hier Dinge aus Erde machen, ne? Erinnert ihr euch noch? Ah, ich glaube, erinnert euch noch. Genau. Ja, so schlau ist es jetzt und gerade nicht, was ich gerade mache. Ist für uns schon noch sehr. Mist. Ah, das ist immer so ein Ding, das alles sehen sie bekommen. So, das machen wir jetzt mal weg hier. So. Ich müsste bloß überlegen, machen wir jetzt eine Anlage. Ich würde ja eher mal so ein ganz kleines Feld erst mal einfach so ein Feld anfangen. Mal gucken, wie es wird. Was wir eigentlich machen können, ist hier wieder Sand reinzubauen oder so. Ja, ne mögliche. Ach, guck mal, Lehm. Ach, das ist ja eine Überraschung. Cool. Dankeschön. So, jetzt haben wir auch ein Haufen Fläche, aber... Nicht so wirklich. Ich würde ja gerne... Ach, Mensch. Haben wir denn überhaupt Sand? Das ist ja auch wieder so ein Thema. Ja, 19 Sand, aber so richtig Sand haben wir da auch nicht mehr, oder? Ach, hier, guck mal, das müssen wir auch noch erfüllen. Warte mal, das machen wir gerade mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir das jetzt hier schon hinterlassen haben. Ich würde das mal zumachen. So, aber der Sand wird auch nicht ausreichen. So. Ne. Da brauchen wir noch mehr Sand. Wir haben aber... Schade, dass wir keine Wüste hier in der Nähe haben. So ein bisschen... Hm. So Sand. Sand. Kein Sand. Na, das ist ja herzig. Dann müssten wir eine Sans-Aphorie machen, ne? Ähm. Ja. Ach, dann machen wir ja wieder was anderes, was wir eigentlich machen wollten. Ich wollte ja aber gerne eine Promenade lang machen. Einfach nur so. So. Einfach nur so. Jetzt mach ich das mal... Mach schon das mal. Ich wollte ja hier Sand hinhaben. Ich wollte ja eh hier Sand hinhaben. Jetzt mach ich schon wieder was anderes, was ich eigentlich machen wollte. Mann, 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 das ist ja... Ach komm, wir machen jetzt eine Sans-Aphorie. Wir müssen irgendwie Sand auftreiben. Scheißen-Dreck. Scheißen-Dreck. Da brauchen wir aber Schippen. Wir haben bloß eine. Das ist nicht so gut. Dann machen wir uns gleich... noch Dingens. So. Zwei Schippen, das müsste reichen. Eins. Na. Zwei. So, Alter. Wir haben schon wieder so Sinn, dass ihr... Dings. Mensch, das braucht man doch alles nicht. Meine Güter. Vielleicht bräuchten wir eigentlich jetzt auch nicht. Ich meine, wozu auch? So, wir brauchen aber Platz in Inventory hier. Das ist natürlich nicht so schnaffter. Ach komm, das müssen wir eh alles sortieren hier. Und daher... Kommen wir gehen einfach mal Sand abtragen. Vorher gehen wir aber, denke ich mal, Penn. Weihnachts wird es jetzt nicht so losgehen. Dann legen wir uns einfach mal hier in die Kanaschen. In unserem göttlichen Bett. Göttlich. So. Hatten wir nicht eine Wüste? Ähm, ein Dings. Ne, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten eine. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, in der Richtung war eine. Ich müsste zwar lügen, aber ich hab da... Mich nicht. Ach, hier müssen wir unterbauen. Nicht im Sinne. Das habe ich jetzt zu toll vergessen, den Gang. Nach dem Quieberunfall, was uns da drin passiert ist, trau ich den gar keinen Meter mehr. Hier, wo ging es überhaupt rein? Hier ging es rein, ne? Ja. Ja. Da hab ich ihm keinen Meter mehr getraut, diesen Gang. So, jetzt bloß die Frage, wo ist... Ich würd grad sagen, die Sonne geht unter. Wir wärmen, wir wollen ja grad pennen. So, jetzt bloß die Frage, in welcher Richtung war die Wüste? Hier haben wir Sand, aber das würd ich jetzt nicht so gerne abbauen, oder? Nee. Eigentlich nicht so. Nicht so. Nicht so. Ich würd's eher so gerne flacher haben. Hm. Ich weiß ja nicht, wie tief das geht. Doch, es geht ganz schön tief, eigentlich, ne? Vielleicht machen wir das einfach. Wir bauen einfach hier ab. Wo war denn jetzt überhaupt Dingens? Das war doch hier, ne? Genau. Hier war die Höhle. Genau. Hier war die Höhle. Da könnten wir eigentlich mal dicht machen. Sand. Da waren wir auch noch nicht drin, oder? Das müsste man eigentlich noch hier noch bewahren, hier. Die Höhle, mach ich mal Fackeln hin. Vielleicht kommen wir ja eines Tages wieder hier hin. So, ich würd eigentlich, mach ich das jetzt so. Den Sand. Wow. Wie bricht alles ein? Huch. Huch. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Dingens. Die Stift führte überall hier weiter, alter Schwede, ey. Ich baue das erstmal so rum, ne? Dass wir so einen Abschnitt haben, wo wir nicht machen müssen. Wo wir nicht dürfen. So. Da bekommen wir auf jeden Fall sehr viel Sand. Da ist schon die erste Schippe kaputt. Hat das ja lange gehalten. Wow. Wow. So, das irritiert über das Versand, ey. So. Ach, jetzt hab ich schon wieder einen falsch abgebaut. Ich will's ordnungsgemäß haben. Doch Minecraft ließ es nicht zu. So. Alter Schwede. Das geht ganz schön weit, aber... Auf jeden Fall, weil wir Sand haben. Den Schmack kurz einsammeln werden. Lalalala. Flüpp, 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 flüpp. Könnte man eigentlich ne Sandmine draus machen, ne? Könnte man machen. Könnte man. Dann machen wir's doch einfach. So, naja, sauber. Es kommt mir fast so vor, wie die Sandmine hier von Grog, hier der Gedächtnisstand. Kennt ihr denn? Als die Grog schauen. Nein. So falsch abgebaut. So. Wüsste ich gar nicht mehr, dass es sowas überhaupt nur gibt. In der Region heute. In den heutigen Minecraft nicht mehr in diesen Eiferregionen, wo Grog gestartet ist. So, dann hier lang. Alter Schwede. Da reicht das eigentlich schon, was wir jetzt schon mitnehmen. Da brauchen wir jetzt nicht alles abzubauen. Da können wir immer wieder was machen, wenn wir welche brauchen. so. Sie stehen bis ganz hinter. So. Sie stehen bis ganz hinter. so lange geht ja das auf den ketten mit dem sand irgendwie bei arte ist es eigentlich ganz normal aber bei sand weil man halt von so viel sand nicht gewöhnt ist man könnte jetzt ein thema anschlagen hätte ich zum beispiel eins wir haben ja november da ist es ja manchen leben schon übrig dass da schon weihnachtszeug gibt so weihnachtsmänner oder zum beispiel spekulatius oder so lebkuchen was haltet ihr denn davon seid ihr der meinung dass es schon früh ist oder ist das genau richtig also für mich finde ich na gut man macht das eigentlich gar nichts aus man muss also ich muss mal wirklich krass sagen wir macht das wirklich gar nichts aus es ist nicht so krass jetzt manche behaupten wenn ich schön gut dass es jetzt schon weihnachtsding und es gibt es gibt ja schon adventskalender ist es gibt so schon das ist zwei ochen bild zu früh also da bin ich dafür adventskalender bin schon so bitte nee das ist zu früh das kannst du nicht machen ja das würde mich eigentlich mal interessieren wie ihr davon haltet was ihr davon haltet können ja wie gesagt schreiben so alter schwede wie viel sand na gut das jetzt nicht so viel es kommt nur viel vor wo wir haben nicht so viel übertrieben was man da anstellen wollen mit dem sand nein ich darf er bauen so hier lang da haben wir das auch dann da bist du dann die kurve rum genau mach ich das mal so ist egal jetzt und dann hier lang frag mich man hat der strand hier überhaupt mal ein ende alter ganz schön übertrieben aber wir haben sand dann müssen wir eigentlich jetzt gleich zu ende sind so wie will ich jetzt gar nicht drin dass mir die ganze zeit sand abbauen will ich doch gar nicht so nachkommen alter zieht sich aber so da vorne müsste aber als ende sind falsch abgebaut so drei schaufeln haben wir verschwendet ist eigentlich schon ordentlich so hier ist es zu ende ne genau alter schwede haben wir auf jeden fall eine ganz schön ordentliche sand mine hier wenn wir es dann brauchen ist es da also es ist nicht so dass wir nichts haben so hier noch den sand einsacken der ja noch übrig geblieben ist was ich jetzt mal kurz machen werde ist zwei waypoint setzen äh ähm machen wir einfach mal sandmine sandmine color ja so